Hey, hey, hey Sonja, Sonja, hey, hörst du, ziehst du rein, ich habe voll einen krassen Witz, willst du den mal hören? Ich werde mir ja nichts anderes übrig. Ja, aber diesmal, ey, ich schwöre, du lachst dich tot, ich schwöre, da sind Leute schon tot umgefallen vor Lachen, ja? Also pass auf, da ist so ein Lagerfeuer, ne? Ja, und da sitzen drei Kollegen dran, ja? So, der eine, der ist aus Deutschland und der heißt Joachim, ja? Ja. Und der andere ist aus Russland und der heißt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ist auch scheißegal, der ist auf jeden Fall Russland, ja? Und der hat so einen Hund, ne? So ein ganz süßer, kleiner Hund, ja? Und der heißt Oskar, ja? Und der dritte Mann, wo der am Lagerfeuer sitzt, abends, ja? Mhm. Das ist so ein Japaner, ne? Und der heißt Wien, ja? Glaube ich. Ja? Aber auf jeden Fall, erst schläft der deutsche Mann da ein, ja? Und dann der russische Mann schläft dann einfach so ein, so, weil die sind müde, weißt du, schon so. Und dann morgens steht der deutsche auf und sagt, ich hab heut voll von Whisky geträumt und so. Und dann sagt der Russe, der auch aufgewacht ist, sagt dann, ja man, ich hab von Wodka geträumt, oh blöd. Ja? Du sagst der Chinese, nix Whisky, nix Wodka, Pisse von Oskar. Oh, okay. Komm, der macht gut. Ja.